Hey Leute, bevor das Video startet, wollte ich eine kleine Info für euch raushauen, denn zur Zeit läuft auf meinem Kanal noch ein Gewinnspiel, wo ihr eine PS4 gewinnen könnt. Und ja, das Gewinnspiel endet, wenn wir zusammen die 1100 Abonnenten erreicht haben. Und ja, das Gewinnspiel verlinke ich euch einfach mal in der Beschreibung, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mitmachen und euch das Ganze mal anschauen. Ich glaube, das Video geht zwei Minuten oder knapp drei Minuten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Hauptvideo. Ja, heute gibt es ein weiteres kleines Live-Kommentary zu World War II, wieder auf Aachen, so langsam kommt die Map irgendwie öfters dran. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, keine Ahnung, werden wir sehen. Und ja, noch zwei Tarnungen fehlen für die Sniper, die wir gestern gespielt hatten und heute auch wieder spielen werden. Dann sind alle One-Hit-Aufträge abgeschlossen in dem Sinn. Dann habe ich 100 Abschüsse mit der Waffe, die ein direkter Tod waren, gemacht. Und muss dann noch Blutrünstig und zwei Leute schnell hintereinander und so Sachen machen, damit sie auf Goldwirk kommt. Aber ja, das ist eigentlich gar nicht mehr so viel, wenn man es mal so sieht. So. Da kriegt erstmal einen Shot ins Gesicht. Komm her, zeig dich. Wenn du dich nicht zeigst, kriegst du eine Nate ab. Ach, fuck, er erinnert ein. Ja, Hitmarker mit einer Nate, geil. Jetzt habe ich nicht immer die Sniper, die Hitmarker macht, sondern jetzt habe ich eine Nate, die in Hitmarker macht. Kraft, Digga. Auf jeden Fall eine gute Wendung. Aber wie man es noch sehen will. Boah, ich hätte jetzt fast geschossen. Ich habe gedacht, es wäre ein Gegner. Oh, hätte ich ihn geholt, der als so verkaufen gehen könnte. Okay, eins zu eins. Na, und ich habe wieder keine Aufsätze auf der Waffe drauf, weil ich die Waffe gerade eben ins Waffenprestige 1 gemacht habe. Nein. Du holst mich so nicht. Nicht heute. Kommt der wieder? Nö, anscheinend nicht. Aber da ist noch einer. Hä, lol. Während dem Shot einfach noch hochgeklettert. Nein, schade. Es wäre zu geil gewesen, wenn ich jetzt alle weggeholt hätte. Erstmal schön hart mit der Sniper spawn getrappt. Das wäre geil gewesen. Boah, lol. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Nein. Bisschen zu langsam reagiert. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie was finde, damit ich irgendwie schneller ins Visier reinkomme. Das wäre noch eine ziemlich geile Sache für eine Sniper-Klasse. Hoppala. Lass mich doch hier weg. Oh nein, er ist doch gar nicht so dumm, wie ich dachte. Die Feuern auf mich! Ich brauche mehr Feuer! Werfe Hauptgranate! Ja, schönes Ding. Das könnte ein Highlight werden. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Chup! Okay. Ich mache jetzt eine Betäubungsgranate! Boah, Alter. Dankeschön, Teamate, dass du mir Rückendeckung gegeben hast. Haha! So, schönes Ding. 9 zu 4. Nein! Das wäre... Oh Mann! Egal, es geht auf jeden Fall voll fett. Nein, Team-Mates! So, let's go. Feindliche Bombe im Anflug, in Deckung! Schön. Ne, ich frag dich gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie er mich damit geholt hat. Ach fuck, da wäre ich nicht Gegner, so wie es ausgesehen hat. Feuer aus allen Rohren, Zielzone erfasst! Feindlicher Artilleriebeschuss, in Deckung! Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt! Gehen wir! So... Alter, war doch ein Gegner. Komm her! Dankeschön! Easy Peak! Nein! Kriege ich nicht! Erstmal Reloaden. No, 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 das war zu langsam. Das war deutlich... Dann komm ich schon mal auf, wenn man mich hier hin zu chillen, oder? Ja. Kommt aber jetzt einer. Okay. Jetzt bin ich schon wieder hier. Das führt mich immer wieder zu der Stelle. Ich mag die Stelle anscheinend. So, wir haben gewonnen, Leute. 12 zu 8 war eigentlich eine gedingende Runde, denke ich mal. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Haben wir das Highlight? Ne, oder? Ne, leider nicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut da rein. Und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.